Nach elf Spielen steht der FCZ weiter ohne Niederlage da. Kommen bereits erste Meisterträume auf? Bo Henriksen, 48, legt den Fokus von Spiel zu Spiel. Natürlich wird es ein schwieriges Spiel, sagt Bo Henriksen vor dem Spiel gegen Aufsteiger Lausanne Aucci. Sie haben physisch starke Spieler und schalten sehr gut um. Es gehe darum, sich die starke Form zu bewahren, ergänzt der Trainer des Leaders. Nach dem 0-0 auswärts bei Meister YB bleibt der FCZ als einziges Team der Super League ungeschlagen. Wir waren nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir taktisch nachgelassen, das ist meine Verantwortung. Um langfristig unbesiegt zu bleiben, müssen wir in jedem Spiel zwei sehr gute Halbzeiten zeigen, so Henriksen. Trotz der starken Form hat der 48-jährige Däne noch kein neues Arbeitspapier unterschrieben. Sein Vertrag endet im Juni 2024 und meine Zukunft ist nicht wichtig. Denn es geht darum, dass wir etwas gewinnen wollen. Spricht Henriksen hier vom Meistertitel? Nicht zwingend, immerhin sind die Zürcher auch im Cup noch vertreten. Kommenden Dienstag trifft der FCZ auswärts auf die AC-Bellenzone. Es braucht noch vier Siege, um den Pokal in die Höhe stemmen zu können.